Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zurück bei 7 days to die und ich bin nicht alleine, der Wöldern ist mit dabei, die Wubi und der Faustus, die Wubi und der Faustus, die Faustus sein. Ich war jetzt aber ganz schön frauenfeindlich. Ja, ich weiß. Die beiden sind ja schon auf dem Weg wieder nach Hause und der Wöldern ist auf dem Weg nach mir, denn ich habe ein Zimmer gebucht für zwei Stunden. Da darf jeder mal hinten sein. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Da passt auch der an die Musik. Oh yeah. Oh shit. Alter, alter. Alter. Hier ist ein Militärlager und ich bin fast solche Minen gestolpert hier. Das ist aber richtig krass knapp gewesen. Hier ist nicht alles voll mit Minen. Ach, Heiliger. Ja, alles. Scheiße, dreckig, alter. So was aber an. Wow. Oh, alter, die Zombies springen sich selber. Alter, fall, die ganzen Selbstmordattentäter. Fals, aber hier. Ich bin falsch abgebogen. Ich muss, ich muss weg. Ich muss weg. Warte mal, wo ist das auf der Karte? Genau da. Sehr geil. Da werde ich gleich mal hin. Ja, ich habe es mir auch gespeichert schon. Hi, Fetty. Hallo, Zomi, Rainer. Alles klar, tschüss. Oh ja. Ja, hast du gesehen, wo ich war? Ja, ja. Sehr geil. Da können wir auf dem Rückweg vielleicht mal hin. Ja, passt. Wo ist meine Garage? Können wir direkt geradeaus runterfahren hier. Ja, Ruby, du bist echt falsch abgebogen. Ja, ich bin da so rückwärts. Ich bin da so querbeet, ne? Das ist nicht vorhin. So ist die, Ruby. Hm. Alter, ich dachte gerade, hier entsteht ein Einhorn, alter. Wie ein Einhorn? Ja, es war nur ein Schwein. Jetzt ein Wobart. Es ist ein fettes, rosanes Einhorn. Ah, okay. Auch nicht schlecht. Dann erst mal ein paar Sachen wegpacken. Auf jeden Fall, deswegen sind Einhorn, einer gab es bestimmt früher. Die sind bloß ausgestorben, wegen meinen Vorfahren. Ja, ja, das ist eine simple Theorie. Ganz schlimm mit dir. Ich weiß. Oh, ich habe einen Motor. Ach ja, ich wollte die ganze Zeit eigentlich den 500, irgendwas bei 50 rum geben. Ey, ich habe, wie viele Autos habe ich auseinandergenommen? Ich habe nur einen Motor bekommen. Keine Batterie, keine Ahnix, ey. Ach nee, da muss ich ja nicht runter. Hier muss ich runter. So, dann gehen wir auch mal Taschen leer machen. Wir bauen noch ein bisschen Fleisch und ein bisschen Federn. Ähm, Beton-Nexus. Bist du in der Webbank am machen? Nee, ne? Oh nein. Die Blöcke kann ich nur in meinem Inventar leider machen. Ach, schade, dann hätte ich jetzt fast was machen können. Kickensoße. Ey, ich bin Voradorer, ich bin Voradorer. Ey, bist du jetzt schon da, ey? Hör mal nicht. Ich bin noch im Hotel. Erste Zimmer rechts. Okay. Das ist noch nackig. Erstmal muss ich meinen Rucksack holen. Wartet auf dich. Oh, ich habe Durst und Hunger. Mein Pocket-Breaker ist da. Jetzt ist zu spät, Nexus. Jetzt schon ausgelaugt, ey. Oh, ich habe viermal Human-Kacke gefunden. Boah, das war... Schon gleich mit Spielzeug, Alter. Aber immer schon für Hüten, bitte. Tut mir wenigstens den gefallen. Ja, ich habe Leder gefunden. Ich ziehe mir erst mal meine Latzhose an. Ich habe Leder gefunden. Leder. Ich stehe auf Hack und Leder. Hack und Leder. Auf Hack und Leder? Ja. Rinderhack. Ja, ich komme sofort raus. Aua, aua, aua. Oh. Irgendwas, was ich hier reinpacken kann, ja. Ich muss auch gerade überlegen, ja, ey. Woher was hingehört? Ob hier auch noch was? Dosen und einen Kochtopf tue ich in die Forgekiste, ne? Ja, genau. Fehlern kommen da auch rein. Das kommt da auch rein. Das auch. Das passt ja. Und dadurch wurde das Craften jetzt beendet? Ja. Okay. Das ist auch mal was Gutes. Dann kann ich noch ein paar Sachen scrappen. Bügel mir mal so einen Thunfisch rein hier. Nein, nicht scrappen, du... Scheiße. Wo warst du mit dem Thunfisch? Eigentlich wollte ich den essen. Ah, was willst du mit Thunfisch? Schmeckt der ja nicht. Ich wollte den rein tun. In meinen Bauch. Rein tuten tun? Er ist doch Thunfisch. Das ist ja jetzt nicht Essfisch, oder? Ach ja, stimmt. Da hast du recht. Das ist Thunfisch. Wo sind denn die Federn, Junge? In mein Eventar. Alle weg, weil ich die alle schon umgecraftet habe zu Bowls. Ach so, ja, okay. Fährst du instant dahin, Junge? Hey, krass. Wir berühren uns. Das ist ja ein Geschlechtsakt so üblich. Ja, aber ich wollte trocken Geschlechtsakten. Oh, ich habe Schaden gekriegt. Deswegen haben wir doch extra... Ja, wenn ich komme erst mal. Wenn er von hinten kommt, ne? Ein vorne liegendes Tief kommt hinten nicht mehr hoch. Ja, ja, ich weiß. Lustig. Langsam wird es vielleicht doch eklig. So, da ist das Militärlager. Fahr nicht mehr so schnell. Fahr lieber gar nicht mehr, Alter. Da sind lieber ein Selbstmordantäter. Also, er fährt instant nach mir vorbei. Also, ich würde stehen bleiben an deiner Stelle. Ich habe Doors. Oh, warum? Er hat das gerade frisch geschneit. Man sieht gar nichts mehr von der Mine. Ich renne jetzt durch. Ich bin schon durch. Hier ist ein MT-Korps. Ey, sehr geil. Ey, hast du gehört? Da war noch mal eine Mine. Da war eine Mine. Was war da? Press A to use? Ach, hier ist ein Lagerfeuer. Oder was ist das bloß zugeschneit? Ja. Ey, kannst du mir mal ein Lichter machen? Danke. Ja, die haben einen Spiegel in ein Zelt gehängt. Mit Fischerlübe. Military West. Ey, das erste Mal, dass ich eine Military West finde. Search for a soldier. Geht aber irgendwie nicht. Achso, weil du die wahrscheinlich gerade... Ja, ich habe hier eine Militär... Also eine Militärische Weste. Guck mich mal an. Ja, sehr geil. War kommt das Geld rein? Da habe ich ja gar nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Nee. Aber jetzt hast du ja gesehen. Hm, ne? Ja. Ja. Die Stühle sollten wir auch mitnehmen, oder? Ja, kannst du machen. Ich habe kaum noch Platz. Also doch nicht. Wenn du Platz hast, kannst du so nehmen. Wenn nicht, dann lass uns. Nämlich über die Waffenteile mit. Wow, wow, wow. Ach, ich habe das cool. So, was machen wir jetzt? Die Taschen sind leer. Alter, ich weiß nicht, ob ich hier lange cool bleiben kann. Ich glaube, da kommt einer. Ich glaube, ich weiß nicht, wer das ist. Ah, 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 ah. Hat er auch eine Military Weste? Ich will auch sowas. Nee, der hat nur Geld. Tolle Wurst. Seit wann haben Soldaten Geld? Die verdienen gut, ey. Ja, ne? Ab und zu. Ab und zu. Kommt drauf an, was gerade so los ist. Kommt drauf an, wo du stationiert bist, ey. Also irgendwie sind das so richtige Minensucher, ne? Minensucht-Zombies, ey. Da ist hier noch irgendwo was, ne? Nein, ich wollte doch nicht raufsteigen, Mann. Ja, also wenn hier echt nichts mehr ist, dann kann ich die Stühle mitnehmen. Ja, ich sehe jetzt hier zumindest nichts mehr. Ach, guck mal, der Schnee ist weg, ey. Und jetzt siehst du hier auf der Erde auch mal was. Jute Schnee. Ja, das war schwierig, ne? Man hat echt nichts gesehen, ne? Man hat auch die Minenwelt nicht mehr gesehen. Das war das mit Sicherheit auch, ey. Wir haben voll Glück gehabt, bestimmt, dass wir hier am Kratzend. Boah, guck mal, wo die Minen liegen, alter, ey. Krank, da bin ich hergelaufen. Ja, ich auch, und ich bin hier durchgekommen. Heftig. Heftiger Typ, oh. Aber hier ist auch noch ein Nest, ey. Du hast auch keine Nester gesehen. Das war auch so doof, ey. Ach, holst du das nochmal hier? Kann ich mich überfedern, ey. Boah, ich bin mitten im Minenfeld gerade. Ich brauche Betonhauen. Ja, wir kommen jetzt zurück. Kommen wir dann. Ich nicht. Ja, dann bleib du hier. Ich war jetzt schon mal. Yeah, das hat sich gelohnt. Wup, wup. Oh, scheiße. Da kommt, da kommt one of the Zombie. Und ich hab, wieso knallt meine Wumme nicht, ey? Haha, komm doch, verfolg mich doch. Haha, kommst du auch durchs Mietfeld? Ich hab grad eine Mino hochgehen sehen, ne? Ja, da, da, da. BAM! Hat dir nicht gut bekommen. Die zwei haben Spaß dahinten. Was hast du denn gefunden? Ja, echt? Äh, ein Sniper Rifle. Und das alles in einem Hotelzimmer? Unfassbar. Ey, wir sind schon weiter. Wir sind jetzt, äh, dem Militärschirm. Ja, ja, was ist ihr? Unter der Dusche, ne? Ja, ja, genau. Richtig. Ich mach mich jetzt trotzdem auf den Weg zurück. Richtig. Ja, ich muss nur kurz ein paar Sachen skrappen. Ey, irgendwie kannst du auch nicht da bleiben, ey. Du bist jetzt so richtig dirty. Dirty. Nö. Nicht? Nein. Aua. Dann werd ich ja glatt eifersüchtig. Ich bin jetzt extra so dreckig für dich, Junge. Ja? Ja, wie geil, Alter. Hey, wenn ihr wüsstet, was ich hier alles absahne noch, ey. Absahne, ja. Absahne. Ist das schlimm mit euch? Absahne, ja? Absahne, mannmilk. Du machst es mir aber auch nicht leicht, nicht so zu reden. Das ist das, ja. Ja, aber die... Oh, oh. Oh, oh. Ja, ob ich das Oh-Oh jetzt gut finde? Die ganzen Soldaten haben sich hier in der Luft gesprengt, ey. Oh. Ja, repartiert. Boah, Alter, was ist das hier für krasses Minenfeld, ey. Ja, früher konntest du die alle aufheben. Mittlerweile geht das irgendwie nicht mehr. Oder vielleicht kann man das auch mit der Range, das weiß ich nicht. Die Minen? Ja. Die kannst du nicht mehr aufheben. Soll ich mal versuchen? Ja, geh mal ganz nah ran und drück mal mit deiner Range. Und dann Peng, Junge. Warum nein? Ja, weil nein einfach, ey. Weil nein, warum? Ja, sonst magst du Peng. Das soll dich nicht so anstellen, der Junge. Okay. Aber wir achten jetzt oben links. Ich achte auch schon drauf. Wern ist gestoppen. Nein, ich mach das nicht, ey, ganz ehrlich. Boah, Feigling. So, gibt's denn irgendwo noch Zahombis, die vom Minen getroffen wurden? Nö. Können wir nochmal die Gammelsandwiches rein? Da kannst du die in die Arzneikiste reintragen. Ja, die hab ich alle rausgenommen und hab daraus verfaultes Brot gemacht. Sehr geil. Hier ist es da in Wien. Und die Blutikare daraus zu machen. Ja, genau. Nein, hier ist ein Hase von der Mine gestorben. Er hat Fleisch. Ja, aber ich hab keinen Platz. Ach, hier schmeiß das Sandwich weg, ey. Und nimm das Fleisch. Der Rest ist nur Leder, ne? Animal Hide, ja, das brauch ich auch nicht. So, ich muss mich zu meinem Moped durchkämpfen. Wo ist mein Moped? Oh, was geht da? Search. Nein. Oh, nein. Ey, jetzt in der letzten... Ich hab extra nix gesagt die ganze Zeit, ne? Weil ich dachte die ganze Zeit, ey, geil. Ist noch gar nix passiert, weißt du? Und dann... Ja, ich wollt's halt ja nicht... Ich wollt's halt nicht beschwören, weißt du? Na, und jetzt in der letzten Folge, die letzten fünf Minuten, Alter. Ich hab aber auch irgendein Problem. Mein Aufladeprogramm läuft gerade nicht. Weißt du, jetzt gar nicht, hab ich eben überhaupt gedrückt, als wir angefangen haben? Was auch gut. Ich wollte nämlich gerade gucken, wie lange wir noch haben. Und dann sehe ich so, läuft gar keine Zeit. Oh, die Zahl ist grün, die ist ja gar nicht rot. Ich nehm mir gar nicht auf. Hm. Na ja, gut, dann fehlt mir halt auch einer. Das ist echt manchmal echt so... Ja, das ist bei mir aber jetzt auch schon geschrieben. Mist. Ja, krass, ne? Aber jetzt echt in der letzten, ne? Ja, ist... Ja. Wie viel... Wie viel Minuten haben wir? 14. Ja, 13 da ist rausgeflogen, ja. User, join your channel. Wer von euch hat auf diesen Knopf gedrückt? Ich kipp's so. Ne, ey, die ganze Zeit, ne? Ging's. Ja, wir sind... Also sind noch sechs Minuten. Aber Ru, mach dir nix raus. Ich nehm auch gerade nicht auf. Ah, ne, echt jetzt nicht? Ich weiß nicht, warum. Ob ich überhaupt eben gedrückt hab, weiß ich nicht. Oder ob's... Oder... Hab ich eben außerdem die Raute-Taste gedrückt bei irgendwas? Eigentlich brauch ich die im Game nicht, ne? Ne. Ja, aus Verstehen nochmal. Obwohl, warte mal. Die Raute-Taste ist direkt neben Backspace, ne? Vielleicht hab ich irgendwas eingegeben. Den Crafting-Dingens... Hab mich verschrieben und Backspace gedrückt und bin vielleicht auf die Raute gekommen dabei. Na, keine Ahnung. Naja, zwei Folgen hatte ich. Ja, ich auch. Wenigstens hat's das mal ein bisschen funktioniert, ne? Ja. Ja, werd ja hoffentlich nächste Woche gehoben. Ja, ja. Ist das direkt. Toi, toi, toi. Ja, hoffen wir. Aber dann spielst du mal... Dann spielst du mal ohne Witz mal so zwei Stunden Seven Days oder Rocket League, um das dann auch mal voll auszutesten, ne? Ja, nach der Aufnahme. Das ist dann ja schon eine Stunde mindestens Seven Days gespielt. Nein, ich mein, wenn das neue Netzteil, oder beziehungsweise dein altes Netzteil drin ist, dass sie dann mal voll durchtestet. Ach, eh so, ey. Ja, Rocket League hat letztes Jahr wenigstens funktioniert wieder. Ohne Probleme. Ja, Seven Days hat ja auch zwei Folgen. Ja, ich wollte gerade sagen, zwei Folgen durchweg, ohne Probleme, ne? Ja, genau. Das ist auch eine Dreiviertelstunde oder so. Ach, alles komisch. Naja. Ja. Wir hatten das ja auch schon mal, dass gar nichts war. Nein, ist ja schon lang. Ja, aber schon länger her. Ja. Doch, ich hab auch meine dritte Folge, die geht siebeneinhalb Minuten. Dann muss ich auf Raute gekommen sein. Scheiße. Nicht gut. Oh, beziehungsweise nicht gut. Ja. Nicht gut. Ja, aber es ist so schwierig, eine andere Taste jetzt zu nehmen, weil da denke ich nie dran. Weil die Raute Taste, die habe ich schon immer, ne? Ja. Ihr glaubt nicht, was ich alles Schönes mitgebracht habe. Schokolade? Scheiße, Schokolade? Schokolade. Schokolade. Wo seid ihr? Unten, ne? Ich sitze auf der Garage, weil ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Ich sitze auf der Garage. Wie Pumuckl, Alter. Es gibt Fleisch. Hurra, der Kobold mit dem Rotten. Hurra, der Faust ist, der ist da. Verrückte Mongo. Ey, guck mal, guck mal, du Vorbeilaufer. Nexus. Du Vorbeilaufer. Guck mal, das hier. Sehr hübsch, oder? Und das hier, Alter. Was? Ich habe... Nein. Was hast du denn? Alter, der hat noch einen Raketenwerfer gefunden, ey. Nee. Warum findest du immer die guten Sachen? Sollen wir dich mal alle verprügeln, oder was? Skill. S-K-I-L. Oh. Hier sind noch drei Raketen. Ich hau ab. Ich hau ab. Bin schon wieder so wüsste, ey. Komm nicht durch die Tür durch weiße Doppel, da durchzulaufen. Oh Mann. Selbst der Candle. So, Waffenteile habe ich auch eine Menge. Also haben wir jetzt zwei Raketenwerfer, ja? Jo. Ich will auch einen. Und einen SMG und all so einen ganzen Scheiß, ey. Einen SMG haben wir auch? Ja, die habe ich doch letztes Mal auch gefunden. Irgendeiner hat sein Licht beim Minibike eingelassen. Oh. Ja, das ist Wödan. Alter, Wödan. Ja? Ich stehe in der Garage. Du bist vor deinem Minibike, oder? Nein. Ja, im Keller hier unten. Der steht hier bei mir. Jetzt ist er weg. Der ist eben gerade wie ein Zombie aus dem Boden gekommen und stand neben seinem Minibike. Ja, ich musste doch den Rest holen. Ja, ja, klar. Bist du auch teleportiert, oder was? Na klar. Hey, Mr. Spock. Geil, die Sniper packe ich auch mal mit rein. Jetzt steht er hier wieder. Ja, jetzt steht er hier wieder. Was ist das? Voll mein Aufwanderprogramm habe ich jetzt nicht mehr. Ja, ich habe eine Sniper, eine SMG, zwei Raketenwerfer, heute den kleinen Shit, ne? Sie sind wieder weg. Was ist das hier? Das ist ja... Ich habe Angst hier. Seit seven days, ne? Wollte ich mal dein Licht beim Minibike ausmachen? Wenn du das kannst. Ich glaube nämlich nicht, dass du das kannst. Ja, der Wödan hat ein Schlauch. Ja, ich war aber auch bei ihm dran. Geht nicht. Ach, ja. Dann hat er nicht abgeschlossen. Geht nicht. Ich habe es schon versucht. Geht nicht. Geht nicht. Ja, das geht nicht. Nein, ah, ah, Hilfe. Nein, nein. Da sind Zombies. Nein, das bin ich. Oh. Na ja, ob das jetzt besser ist. Also das war jetzt schon irgendwie ein bisschen frauenfeindlich, ne? Nein. Das war rubyfeindlich. Aber ich muss zugeben, ich habe gerade kurz überlegt, soll es oder soll es denn nicht? Aber ich habe mir gedacht, ey, kann ich nicht anders, bin so. Tja, ja, sowieso. Ey, will nicht irgendeiner mal Waffen bauen, weil ich kann das ja noch nicht, aber wir haben hier viel zu viel Shit, ey. Ja, ich kann das mittlerweile gar nicht mehr sortieren. Ich schmeiße jetzt einfach AK-47-Parts. Ich gucke gleich mal, warte. Rocket Launcher. Also ich gucke, wenn wir jetzt gleich sowieso zu Ende sind, denn wir sind nämlich schon am Ende. Das ist doch wieder. Hilfe. Ey, wir haben alles schon für den Rocket Launcher, glaube ich. Wir können noch einen dritten bauen. Ja, wir können aber keine Raketen bauen, Junge. Wer läuft da oben? Ist das nicht gut? Nichtsdestotrotz, nein, ich bin hier unten. Nichtsdestotrotz sind wir am Ende der Folge. Scheiße, ich wollte noch rumraketisieren. Nee, das kannst du machen, wenn heute Tag ist. Scheiße, dreckig. Wir bedanken uns fürs Zuschauen. Ja, bei den anderen beiden gab es ja ein kleines Problemchen, aber trotzdem könnt ihr da natürlich reinschauen, weil natürlich auch da was zu sehen gibt. Und ansonsten sind die Links alle unten in der Videobeschreibung. Das war ja meine Kreischerin. Wir bedanken uns auf jeden Fall und sind erstmal raus. Ciao. Tschüss.